Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Watch von WWE 2K14. Heute geht es um Entrance und Finisher von Y2J, Chris Jericho. Viel Spaß! Dewey Champion Chef, introducing the Challenger, from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing 227 pounds, Chris Jericho. Now, tell me why Jericho should get that unfair advantage from Raw General Manager, Mr. Clown Shoes, John Laurinaitis. Well, because John Laurinaitis is in charge of Monday Night Raw and SmackDown, he's forcing a no-disqualification match for the WWE Championship tonight. Perhaps there was a method to Chris Jericho's madness of the past month, because Jericho has been trying for weeks to get into the head of CM Punk. What do you mean trying to get in his head? The things that that man said were absolutely reprehensible, deplorable. Well, to listen to Chris Jericho, he's responsible for all this. You know, he invented everything. I mean, he's the root of all things that have happened here in the WWE. Everybody tries to emulate him, especially CM Punk. We're supposed to Jamaica definition, yeah! Fif flush! Big loss! No! 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 Und das war's auch schon. Mit der Walls of Jericho und dem Codebreaker. Und natürlich auch dem Entrance. Ich finde, der Entrance von Jericho ist eigentlich immer ganz cool. Zumindest der Anfang des Entrances ist immer ziemlich geil. Und ansonsten, sowohl der Codebreaker als auch der Walls of Jericho sind eigentlich ziemlich coole Finisher. Muss man sagen. Also Jericho allgemein sowieso ein cooler Wrestler. Eure Meinungen zu Jericho? Bitte in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran und tschüss.